Da läuft es dann auch rein. Ich glaube, ich brauche da auch jetzt nicht groß drüber reden oder irgendwelche Ausreden suchen. Das ist ein Foulspiel, ein klares Foulspiel auch, glaube ich. Oft sagt man ein bisschen rohes Foulspiel. Ich bin, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass ich so etwas mit Absicht mache. Ich hoffe, dass er da, sage ich mal jetzt, dass es schnell verheilt.